Für mich ist es lebenswichtig, dass ich fit bleibe. Der Zürich Witter Parkour hilft mir dabei. Und auch meinem Sohnemann. Ich heisse Roman Ebnetter, bin 58 Jahre alt und habe letztes Jahr eine Operation am offenen Herz gehabt. Keine schöne Sache, wenn man plötzlich damit konfrontiert ist. Die Operation war die letzte Chance. Sonst hätte mich ein paar Monate später einen schweren Herzinfarkt erwartet. Alles ist gut gegangen. Und nach der Reha fühle ich mich besser denn je. Auch weil ich einen strengen Fitnessplan einhalten muss. Und auch will. Nebst Fitnesscenter bin ich gerne draussen in der Natur, auf dem Zürich Witter Parkour. Egal was für Wetter. Es macht Spass und ist ein ganz besonderer Anspruch. Und mit mehr als fünf Witter Parkour in meiner Umgebung habe ich sogar Abwechslung. Das Schönste ist aber, dass ich meine Kinder immer noch in den Arm nehmen kann. Mit meinem Kleinsten springe ich auch gerne mal um die Wette, auch wenn ich keine Chance habe. Ich geniesse es, mit ihm Zeit hier zu verbringen.